Wovon das Video losgeht, wollte ich noch sagen, dass nicht ich das Video gefilmt habe. Und wenn ihr euch fragt, warum wir so komisch angezogen wurden, wir müssten uns wie in den 90er Jahren anziehen. Dieses linke Mädchen hat mich gerade geschubst, das geht gar nicht. Und geschlagen. Jonas, lass Autos entwirken. Was? Ich hab's auf Video. Stell dir mal vor. Du musst dir das vorstellen, das Auto hat so eine Kamera, das ist so ein Tesla. Und auf einmal, der Besitzer guckt so nach, er sieht Bewegungen vor seinem Auto. Und danach, er geht auf die Kamera und sieht uns so zwergen. Und so, what the f**k? Du kannst du Jonas deinen Arsch nehmen. Ey, Ari, was wollte du heute meinen Finger? Finger! Finger! Ich hab mich auf deine Hand gebrochen. Ey, ich spiel mal... Spiel mal... Spiel mal... Spiel mal... Juicy Ass! Oh, yeah! Oh, yeah! Juicy! Juicy Ass! Juicy Ass Mega Trooper! Okay, warte, warte. Oh, yeah! Oh, yeah! Juicy Ass! Juicy Ass! Oh, yeah! Oh, yeah! Warte, warte! Kommst du einen Minuten Video? Wir schauen, ich habe 25. Ja! Eios! Pfff! Pfff! Pfff!